Rameda stattet jetzt ihren Ford Transit Bridge mit einem Anhängebock aus. Der Komplettsatz beinhaltet die Zugvorrichtung und den passenden Elektrosatz dazu. Die Zwei-Loch-Flanschkugel lässt sich mit dem Anhängebock verschrauben. Die maximale Anhängelast beträgt 2000 Kilogramm bei einem D-Wert von 12,49 Kilo Newton. Der Kugelkopf ist für eine Stützlast von bis zu 75 Kilogramm ausgelegt. Im Lieferumfang ist eine 13-polige Steckdose enthalten. Geliefert wird eine vorkonfektionierte Steckdose. Das Paket kommt mit einem universellen Elektrosatz für Ihr Fahrzeug. Die Steckdosenhalterung ist fest mit dem Rahmen verbunden. Die Blinküberwachung erfolgt über eine Blinkfrequenzerhöhung. Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird durch den E-Satz deaktiviert. Nach der Montage ist keine Fahrzeugkodierung notwendig. Ein Anhänge Bock bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Durch verschiedene Anschraubplatten kann die Kugelhöhe eingestellt werden. Diese Kupplungsvariante findet man in erster Linie im Transporterbereich wieder. Bestellen Sie dieses Komplettpaket zum Festpreis und lassen Sie die Ware direkt an einen unserer vielen Montage Points in ganz Deutschland liefern.